Bronze war es noch im letzten Jahr in Braunschweig. Vielleicht sind wir heute Köln sogar dieses Jahr in Kassel. Der SCC Berlin mit George Metzholz. Und Köln sehen wir hier nochmal. Das ist allerdings das Leiter-Dedit der Deutschen Sport- und Studie Köln. Viva Colonia, Andreas Lutzert. Und um das Feldkontent zu machen auf der Acht, die LGK statt Gammrach nur. Thomas Schnurren. Jetzt wird's Schnee. Der dünge wird sein Inlauf. Vier mal einhundert Meter, der Meer. Auf geht's, hey! 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 Die Bühne spielen dann. Jetzt gehts. Gold, Silber und Borse stehen am Ende dieses Rennens. Aber für welche Staffel? Blum auf den deutschen Rekordhandler in der Halle über die 2.0 Meter. Wer den Leipziger liefert, der weiß, dass Sebastian Ernst gut drauf ist. Er hat die Bühne noch über die 2.0 Meter. Wattenschein ist raus. Was für eine Überraschung. Jetzt ist der Weg frei für Berlin. Boracic. 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 Gegen Oliver König, den Reichspringer. Und es ist Berlin. 39.81. Deutsche Jahresbestleistung. Und die Sieger über die 4.100 Meter Staffel kommen aus der Hauptstadt. Kommen vom SCC Berlin. Musik. Wie funktioniert die 5.000 Meter? Ich darf mich jetzt das sagen. directions dependant auf dem Preis von Fringe fahren. Ich nehme die Anstzeit noch etwas. Tastion und es tre quilt.